Wie kann man auf Twitter mit Zitieren retweeten? Vielleicht möchten einige Benutzer einen Beitrag auf Twitter retweeten und diesen Beitrag in ihrem Twitter-Konto haben. Manchmal kommt es vor, dass der Benutzer diesen Beitrag einen Artikel hinzufügen möchte und dieser sich in seinem Konto im Zitatmodus befindet. Melden Sie sich dazu auf Ihrem Telefon bei der Twitter-Anwendung an. Suchen Sie dann den Beitrag, den Sie retweeten oder reposten möchten. Zum Beispiel möchte ich diesen Beitrag retweeten. Klicken Sie auf diese Option am Ende dieses Beitrags. Hier zeigt Ihnen Twitter zwei Optionen. Klicken Sie auf die zweite Option. In diesem Abschnitt können Sie diesen Tweet einen Artikel hinzufügen und ihn als Zitat retweeten. Zum Beispiel hier füge ich dies diesen Tweet hinzu. Klicken Sie dann auf die blaue Option. Wie Sie im Profilbereich sehen können, wurde dieser Tweet als Zitat auf meinem Konto retweetet. Danke, wenn dir das Video gefällt und du den Kanal abonnierst, um uns zu unterstützen. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.